So, also du wirst gebaut, dann kriegen wir gleich da den Tech-Fortschritt. Das haben wir noch so. Genau, da kommen wir jetzt hier endlich mal weiter. Ein Schrank, das kann ja nicht so schwer sein. Nägel. Eisen, machen wir gleich mal ein bisschen auf Vorrat. So, 20 Stück. Oh, Stahlhelm, haben wir Stahl? Nicht besonders viel. Stahl, Eisen, Stahlhelm. Ausrüsten, nicht Lordhelmchen, sondern bei dem hier. Äh, muss auch erst hergestellt werden. Wir brauchen mehr Herstellungsdingensbumens. Also mehr Workshops, oder wie die Kleinen heißen, und mehr Schmieden. Allein schon, weil ich es so cool finde, wenn 4, 5, 6 Zwerge nebeneinander stehen und alle Stahlbaren herstellen. Das ist richtig schön zwergisch. Also einen Schrank, den wir bestimmt wieder aufstellen müssen, wenn er fertig ist. Was brauchen wir noch für Schmieden? Warten wir mal. Hexenkessel brauchen wir später auch. Aber erst mal Schmiede. Wasser, Kohle, Eisenerz, Stein. Ne, nicht Sand. Stein. Zwei Schmieden. Nicht möglich, nicht möglich hier zu bauen. Äh, wir konnten die doch vor kurzem noch so seitlich stapeln. Also ich weiß, dass ich es zwei direkt hintereinander gebraucht hatte vor 1, 2, 3 Patchen. Das ist komisch. Okay, dann musst du erst mal weg. Dann musst du woanders hin. Wahrscheinlich hier. Dann muss die Fackel da weg. Das wird ganz schön dunkle hier unten. Du, entfernen Fackel. Du, entfernen Fackel. Du, entfernen Fackel. Was haben wir noch so zu tun? Hier erst mal nix. Oh. Was macht hier denn vor der Haustür? Und in 10 Minuten kommen die Feinde? Ja, töten, ne? Das klappt sonst gar nicht, wenn wir jetzt in 10 Minuten eine Welle bekommen und die Goblins hier vor der Haustür stehen. Und warum greift er? Keine Ahnung. Du wirst dann gerissen. Achso, nur so ein doofes Ding. Hier, Portal. Bitt schön. Geht nach Hause. Ich will nicht, dass hier dadurch geht. Ich will nicht, dass hier dadurch geht. So, Portal ist da. Portal ist hier. Töten. Ja, muss. Ah, okay. Hunter mal. Ach, na also. Aha. Ja, das schafft ihr schon. So. Schmiede. Du gehst nicht. Du musst entferne Werkbank machen. Wo sind meine Werkbänke da? Werkbank, Werkbank. Da kommt noch eine Werkbank. Da noch eine Werkbank. Und vier Werkbänke und fünf Öfen müssten eigentlich reichen. Den Rest dürft ihr auch ruhig töten. Das ist kein Problem. Also irgendwie zählen diese Wuschel-Goblins hier nicht wirklich als Gegner. Ah, doch. Jetzt greifen sie auch mal ein. Nö. Schnitzel-Töten. Ja, sehr gut. Dann können gleich alle schön schlafen. Und sind wir bei der Welle wieder ausgeruht. Also. Warum fehlt da eine Schmiede? Warum liegen da Werkbänke auf dem Boden? Fragen über Fragen. Genau. Treibt die in die Mauer. So. Doppelgeschwindigkeit. Bitte sagt mir irgendjemand, wo die Schmiede geblieben ist. Genau. Da ist eine Werkbank. Die wird da aufgebaut. Da ist die andere Werkbank. Die wird da aufgebaut. Ah. Da ist sie plötzlich. So. Schmiede. 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 Sehr gut. Ich hätte trotzdem noch ganz gerne jetzt mehr Werkbänke. Tisch. Eisen. Holz. Holz. Werkbank. Werkbank. So. Das müsste eigentlich erstmal an produzierenden Dingern reichen. Also ja, wir brauchen später noch einen Hexenkessel für die Tränke. Aber das war es dann, glaube ich, auch. So. F1. Wie schaut es bei euch aus? Du schlafen. 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 Ah, hier hinten ist schön viel Holz und Leder und Wolle und Fett. Und der ist immer noch eingemauert. Das da wollten wir noch zumachen. Die Gänge wollten wir da zumachen. Hier sind überall noch Scaffoldings von mir. Nehme ich erstmal mit. Jo, jo. Wasser hält sich. Auch hier, sehr gut. Gut, also selbst das Abspeichern und Laden hat das Wasser gut überstanden. Also es braucht echt nur Steine unten, nicht einmal drumherum. Na du garstiges, schwarzes, kleines Ding, das nur zwei Schläge braucht, um zu sterben. Langer Mientunnel, da hinten die Heuschrecken. Ja gut, also wir schnarchen jetzt erstmal eine Weile weiter. Dann kommt gleich die Welle, die versuchen wir aufzumischen, so gut es geht. Hey, der Anführer liegt ja noch. Hm, also die Welle versuchen wir aufzumischen, so gut es geht. Für schön viele Erfahrungspunkte. Danach gehen wir die Heuschrecken hier an. Und nebenbei versuchen wir, Stahlrüstung herzustellen. So. Schaut's bei euch aus, du bist fast voll, du bist fast voll. Jo, alle ausgeschlafen, sehr gut. Töten. 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 Töten, zerstören. Schnee chippen. Ja, so wird okay. Mehr Fisch so will. Mehr Sticks. So, wie viel Prozent hast du eigentlich? 64. Das ist nicht allzu viel. Oh, und wir können das Gleisding. Wo ist das Gleisding? Da ist das Gleisding. Gleisding. Ja, also hier soll ein Fahrstuhl hin. Dann nehmen wir wahrscheinlich noch einen Fahrstuhl und noch einen Fahrstuhl. Das heißt, hier kommen wir auf jeden Fall Gleis hin. Und hier können wir eine Brücke bauen. Ne, das geht nicht. Stopp, 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 stopp. Plan, der vorgeschlagen wurde in den Kommentaren, weil hier eine Brücke, da eine Brücke und dann hier ein Feld frei zum Fischen. Und Zwerge können dann auf die Brücke gehen. Ein Feld rüberspringen, auf die nächste Brücke und dann weiter. Also es ist für Zwerge nicht wirklich eine Behinderung. Aber für so eine Lore glaube ich schon. Also wenn ich hier auf den Schienen fährt, dann ist da plötzlich ein Loch, dann macht einfach nur Blumms. Also brauchen wir hier hinterher mal ein paar Schienen. So, eine Minute noch, ist okay. Willst du die Schienen aufstellen, damit wir die Lore aufstellen können, damit wir die anderen Sachen aufstellen können, damit wir Fortschritt haben. Mach die Schnecke mal weg. Und den Baum da. So, Lager, Wagen, darauf. So. Drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde. Feinde töten. Treibt sie zurück. Treibt sie. Hier. Hier. Es werden mehr. Mehr Augen. Noch mehr Augen. Ausrüsten. Es ist Zeit für Bögen. Die Zeiten, wo wir einfach vorstürmen konnten, sind vorbei, mal wieder. Da brauchen wir jetzt wieder Steilrüstung. Also, schnappt euch hier den Bogen und macht's auf feige Koblen-Manier. Schluckt euer Zwergen-Ego runter. Dann bleibt ihr schon. Nicht, nicht durch das Portal. Nicht, nicht, nicht durch das Portal. Geh weg da. Ich würde echt gerne Zwergtot. Nicht schön. Ich würde echt gerne Portale schließen können. Aber wenn ich jetzt ein Angriffsbefehl verteile, dann gehen die wieder da. Was zur Hölle habt ihr da gemacht? Warum hauen die den Boden und die Tür weg? Das ist sehr verstörend. Jetzt können wir auch nicht ordentlich schießen. Ah, okay. So, jetzt. Schießt. Die kommen nicht an euch ran. Genau, ganz viele Schießbefehle. Zack, 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 zack. Oh, die sind durch. Das ging zu schnell. Also, die brauchen definitiv bessere Verteidigungsanlagen. Was zur Hölle machst du da, du rülpst? Sehr komisch. Töten, töten, töten. Und weg. Äh, warum lebt ihr noch? Ernsthaft, warum lebt ihr noch? Geht weg. Äh, ah, okay. Ihr seid gar nicht wirklich da gewesen. Weg, 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 weg. Wo ist mein gutes Dirt? Da ist mein gutes Dirt. Und wir haben mal wieder die Tür weggenommen. Da. Tür. Also, ich hätte gerne eine Tür, ich hätte gerne eine Tür, ich hätte gerne eine Tür. Ich hätte hier gerne wieder Dirt-Boden. Totem ist grumpig, das ist verständlich. Ich hätte gerne hier eine Tür. Ich hätte gerne euch tot. Wir brauchen immer nicht bessere Türen. Wir brauchen Eisentüren. Und wir müssen einen Schrank aufstellen. Ja, das machen wir fix. Schrank. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Okay, Schrank. Dahin. Warum weggst du an zu schreiben, wenn du einen Schrank aufstellen musst? Das ist eine sehr interessante Reaktion. Baue Schrank. Jo. Okay. Eisentür. Wo ist eine Eisentür? Hinter dem Steinwall. Okay. Wir nähern uns dem Steinwall. Das ist schon mal gut. Schrank mit Glastür. Wir brauchen, um unsere Festung besser zu sichern, eine Schrankeinheit mit Glastüren. So. Das ist natürlich auch, was mal gebaut werden muss. Währenddessen können wir hier hinten mal wenig Kahlschlag betreiben und die Welt wieder abflachen. Du weg, du weg, du weg. Pew, pew, pew. Du weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. Das ist alles noch richtiger Schnee, ne? Das sind keine Schneeblöcke, die vorher da waren. Sonst würden die so aussehen hinten. Sie hätten noch eine Wand dahinter. Achso, und ein neues Portal, weil die Portale jetzt hier schnell verschwinden, weil sie jedes Mal Ladung verlieren, wenn einer durchgeht. Das ist echt eine ganz schön garstige Änderung. Und auch, dass sie jedes jetzt springen können und die Skelette viel mehr Schaden machen und den Boden mit wegreißen und so. Das ist, hat was, aber es ist schön. Herausforderung ist schön. Wobei es momentan noch sehr machbar ist. Aber ich denke mal, hätten wir von vornherein diesen Schwierigkeitsgrad gehabt, wäre das Ganze schon ein bisschen anders. Und hey, wir sind erst auf der zweiten Welt. Es gibt noch eine dritte. Also mindestens. Zwerg ist wieder da. Zwerg, zieh mal bitte was an Schwert. Und das und das und das und das und ja, wir haben Stadion ausgerüstet. Und das und das da. Der Mantel von Center. Ja, der soll ja so gut sein wie Mitreuerrüstung und so, aber ich finde das natürlich schon komisch. Also Lord Helmchens Helmchen ist schon ganz schön bepowert. Der will ich jetzt nicht noch mit zwei Center oben rumlaufen. So, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. 26 Münzen haben wir inzwischen. Ich bräuchte eigentlich ganz viel Eisen und Kohle. Aber dazu müsste ich eigentlich nur weiter unten in die Mine aufräumen. Was der Hauptknackpunkt ist, denn sobald ich anfange in die Mine aufzuräumen, wird es wieder unordentlich. Weil wieder irgendwelche Gänge überbleiben. Oh ja, wir haben 42 Minuten, bis die nächste Welle kommt. Alles brutal. So, alles hier in Ordnung? Jo, okay. Also, hier unten. Brotal, da hinten. Das weg. Dich töten. Das weg, das weg, das weg. Das weg, das, 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 das. Und einen Durchgang hier schaffen, bitte. Und weiter. Bis zum nächsten Mal. B quá garfon. B., B.